Wenn ihr reingeschaut habt, ich gieße mal eben schnell den Kaffee auf und dann verrate ich euch meine Tagesfrage. Ja, heute gibt es mal wieder eine kleine Frage und die Frage lautet Warum bist du Vegetarier oder gar Veganer? Sind das ethische Gründe oder meinst du, dass es einfach gesünder für dich ist? Ich für meinen Teil esse eigentlich alles. Ich esse Fleisch, aber auch gerne Gewüse oder ja auch ein paar Müsli, also veganes Müsli. Und ja, heute esse ich zum Beispiel irgendwie im Raleo Style ein bisschen Rührei und ein bisschen Bacon. Habe ich kein Problem mit. Also ich habe kein Problem damit um die Tiere zu essen oder tierische Produkte. Und warum hast du sie? Das würde mich einfach mal interessieren. So, kurz und knapp. Das war so meine Frage. Ich gieße jetzt hier weiter meinen Kaffee auf und bin auf deine Antworten entspannt.